So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Geiselnahme. Ähm, warum tut ihr das? Warum bin ich auf einmal so aggressiv, Leute? Oh, oh. Scheiße. 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 Oh, scheiße. Mach sie kaputt. Ah, verdammte Scheiße, das ist ein bisschen hektisch. Ja, wir sind hektisch hier. Oh, scheiße, das ist ein bisschen hektisch. Nicht da! Äh. Äh. Kann ich einfach so schießen? Nö. Äh. Äh. Ah, scheiße. Falt der Klopp gedrückt. So schnell kann das natürlich passieren. So. Äh. Ne, wir guckbollert. Wattenscheiß. Wattenscheid. Nein, Wattenscheid. Da ist der größer. Da ist er. Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Wo kam der jetzt auf einmal her, bitte? Das ist gar nicht cool. Das finde ich nicht optimal. Mal. Äh. Ah, mein Mann. Zack. Zack. ja gut das ganze kann man auch später besprechen jetzt müssen wir erst mal die katja klemmt scheiße sind auch noch von denen überrannt das kann doch alles schlechter scherz sein oder ohne scheiß ja das leben ist scheiße ab und zu mit dem spiel vor allem ist es manchmal sehr kurz gott sei dank der gleiche angefallen einer wenigen das steht auf jeden fall erwischt auch aber die gerade die arme Nein! Äh, nichts lassen wir hier. Die werden mitgenommen. Wir müssen jeden einzelnen mitnehmen. Jawohl. Einmal muss jeder gehen. Wenn dein Herz zerbricht. Wer ist die Welt nicht untergehen? Ach, scheiße. Der Hassball da drin kann doch nicht machen. Kannst doch nicht dauernd ein Auto anzumachen. Hier, Menschenskinder. Das ist doch scheiße. Kommt schon, Beeilung! Wir müssen hier... Gut. Sehr schön. Doch, ist nur die Frage, was ist jetzt mit Lilly? Ah, die ist auch drin. Das ist aber schön, dass sie mit drin ist. Dann können wir alle zusammen ganz glücklich. Genau. Niemand ist tot. Ich bin gut. Jemand in hier hat das gemacht. Settle runter. Die Bandit haben unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Jemand war mit ihnen. Wer es war, hat ihnen unsere Med. Sie haben nicht das letzte Paket bekommen, also sie attackten. Jemand, ihr bräuchte es mal beide hier. Vorne und hinten. Nicht nur hinten. Das ist wahr. Also, Carly. Ist es etwas, was du sagen willst? Wir müssen sie wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Woah, woah, woah. Du bist nur auf die Finger. Ich habe nicht nur das gemacht. Ich habe meine Gefühle. Warum sie? Es ist ein Schmerz, Lilly. Ich war immer so stolz, zu sehen, was wir gefunden haben. Sie spricht niemals über ihre Familie. Sie könnte mit diesen Bastards, für all wir wissen. Woah, meine Familie ist nicht ein paar Mäste, die kleine Forrest-Leute. Sie sind fucking Muthren. Sie sagen nicht, es war nicht sie. Es war nicht ich. Verwandt. Mittlerweile mit Sicherheit nicht mehr, denn die Leute sind nicht mehr ganz so. Woah. Schau, Carly ist eine Stand-up-Gal und vielleicht war das alles nur ein Mist. Äh. Ja, erst mal. Genau. Jo. Bleibt doch mal alle geschmeidig hier. Das kann doch nicht abgehen. Wir drehen ja voll am Rad. Wollen wir sie beide? Lilli, Alter, ist woher schon? Flatsch! Ähm. Äh. Anhalten mitten im Wald. Nacht ist immer Scheißidee. Jetzt wissen wir von den normalen TV-Folgen. Ja, alle raus. Ja, klar, alle. Was heißt da alle raus? Lass vielleicht die Kinder drin. Du bist doch ganz weit raus. Ja, auch noch einen schönen Blinker gesetzt. Hallo. Was drehen die so übelst am Rad? Kenny, die RV hat ein paar Surface-Damage, aber da ist ein Walker-Drapp drin. Häh. Oho. Häh. Ehm. Wir müssen dich nur wegholen. Wir müssen nur hören, was jeder denkt. Ich denke, du sollst chillen. Ich nehme dich nicht. Ich стан das nicht. Du kannst Ben umuraschen, Aber du kannst mich nicht umrasten. Ich bin mir richtig entschuldigt. Ich fühle dich. Meister. Ich werde mich zu Hause denken. Du hast wirkliche Tränen in dem Rad. Nein! Du bist bist eine schmerze Fuck-Drapp. Gute dann da? Ja, ja. Ja, der Mann. Es gibt keine Art von Karne. Oder jemand anderes. Es könnte sogar jemanden schnappern in unsere Kampen. Das ist verdammt. Das ist das, was du denkst? Ja. Okay, dann gut. Kenny? Ich weiß nicht. Fuck! Stopp, würde ich? Na, dein Verteidigte für dich und Katja. Wir brauchen nicht alle diese Verteidigte. Was muss ich für dich für mich vertraut? Ich werde alles machen. Ich werde die Beobachtung für Monate machen. Hah, du wirst du wirst. Ich werde mehr Essen, mehr Medizin, alles, alles. Du denkst, dass das alles gut ist? Stopp, warte. Seriously, Big. Du musst du aufhörtern und einfach aufhörtern. Wir brauchen noch mehr Beobachtung als das? Beobachtung, Beobachtung. Stopp, dass du ihn so wie das. Shut up, Karlie. Ich habe genug von dir gehört. Kenny? Was ist das? Just, gib mir einen Moment. Dann? Du hast, dass Walker die Walken ist, um zu sagen, dass es sie ist, und nicht du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht, Lee. Du kennst, ich kann nicht. Danke, Lee. Bitte, hör auf ihn. Bitte, nicht mich aus der Gruppe. Wir werden nicht. Oh Gott. Jetzt. Nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Let's nur zurück in die Armee. Das ist nicht passiert. Du denkst, dass du ein schwerer B****, nicht? Wie, nichts kann dich verletzen. Aber du bist nur eine schreckliche Frau. Geh auf ihn. Geh auf ihn. Geh ein B**** von diesen B**** und versuche, euch zu helfen. Jetzt. Konzentriert euch mal. Oh Gott. Lieber darauf, dass uns nicht gerade den ganzen Wald hört. Da ist mir irgendwie die Klappe runtergefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Gerade mal ein bisschen sprachlos. Geh auf ihn. Geh auf ihn. Jesus Christ. Geh in. Wir sind diese krasse B****. Ja. Du könntest nicht vertraut, Lee. Ich versuche. Leid. Du kannst mit uns kommen. Ich werde hier sterben. Ich will nicht. Du bist ein Mörderer, Lilly. Wir können dich nicht mit uns haben. Ich bin ein Mörderer? Du hast Lee mit dir das ganze Zeit gehabt. Was sagst du? Er hat dich nicht gesagt. Er hat jemanden vor allem zu tun. Er war ein Mörderer. Ist das wirklich wahr, Lee? Ja. F*** in Hölle. Wollte du niemals aufhören und mir das erzählen? Du hast eine kleine Mädchen mit dir. Oh Gott. Geh in, Lee. Lass uns gehen, ihr Leute. Ich habe noch nichts übrig. Ich habe noch nichts übrig. Sorry, Lilly. Aber das gerade unschuldige Erschießen von einer Frau, wo kein Beweis dafür da war, dass sie es war, war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Oh mein Gott. Alter Schlappe. Was ist das? Was ist das? Ist Dunk gut? Oh Ach du Scheiße. Oh, Mann. Oh, Kacke. You got bit by a walker trying to escape the motel. I... don't feel good. What about Carly? Oh, Scheiße. There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. I'm glad I have you. Me too. Oh, my God. That's what I call... A fucked in the moment. What? Why? In case you were up to no good. Before you there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some lovers came and scared him away. The door was open. Stop. Yeah, he was really doof. Ah, you... Damn. What the... what happened the... was... quel oc. das ist nicht mal ein Scheißdrom. ein richtiger Scheißdrom Klasse. Nur mal so eine Frage. Wer tut denn eigentlich Doug erschießen, wenn er sich verwandelt? Bei meinem Glück hängt es wieder an mir wahrscheinlich. Da habe ich natürlich mal gar keinen Bock drauf ein Kind zu erschießen, auch wenn es in dem Moment kein Kind mehr ist, weil es ja schon tot ist. Aber es ist immer noch ein Kind. Oh genau, das wäre doch meine Idee. Dehydriert, das ist glaube ich mein kleines Problem. Egal, egal, egal. Gut, dann gehen wir was suchen, einen Speisenwagen oder so. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's guten Tau 3.